So Leute, wir haben wieder zueinander gefunden. Genau. Und ich würde sagen, wir testen jetzt heute mal ein paar Pyrocracker. Ein kleiner Vergleich. Und dabei haben wir hier Nico Pyrocracker. Schiener Knaller von Helios. Dann auch Beko. Schiener kleiner Pyrocracker von Kedda. Und von Beko nochmal in einem anderen Label. So, fangen wir mal mit den von Helios hier an. Genau. Machen wir immer so drei Stück. Ja. So. Richtig süß, die Dinge. Ja. Nice. Und jetzt in der Ehr. Kennt ihr ja alle. Viel viel besser. Ja. Ja. Die von Nico. Eigentlich. Zack. So ist das schwer zu erkennen. Ja. Der letzte. In der Ehr. Dumm. Genau. Richtig. Richtig. Jetzt die von Beko. Mit dem. Genau. Mit dem. Mit dem. So ein Familiensortiment. Junge. Was sind das für Lunden ey. Das ist wie bei The King. Ja. Ich bin zu nett. Sind die vorne zu geliebt. Ja. Schau mal eben nach. Die sind. Ja. Die sind gelangen. Die sind gelangen. Vielleicht sind die nass geworden. Ja. Das kann gut sein. Ja. Richtige Penny Qualität hier noch. So. Boah. Ja. Gute Schnipsel auf jeden Fall. Ja doch. Ganz an. So. Jetzt vom Keller. Richtig. Oh. Es geht schon am Schlipp. Die sind sogar vorne noch zugestopft. Ja. Rote Erde. Ja. Ja. Da waren die von Veko gerade besser. Gucken wir jetzt in der Luft uns das Ganze an. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da habe ich fast abgeknallt. Ja. Ganz okay. So. Jetzt die von Veko mit dem Corsa Cover. Sieht sehr schön aus. Wenn die jetzt noch von 1900 wäre, dann wäre richtig schön. Vorne hinten rote Erde. So knallen sie schon mal gut. Ja. Ja. Jetzt in der Luft. Jawoll. Schön die Schnipsel. Und der letzte. Okay. Ich weiß gar nicht. Welche waren denn die Besten? Ich glaube die von Veko waren oder? Ja. Von Veko war man das. Eindeutiger Gewinner. Veko Quasar Cover. Ja genau. Und dann bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.